Bangerang, Brudis und Schwesties, mein Name ist Georgie. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Reaction. Heute reagieren wir auf Prinz Meineke. Der hat nämlich ein Video hochgeladen, das nennt sich 24 Stunden. Wir ziehen uns das mal rein. Ich bin extrem gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Reaction gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr die ganze Sache mit einem Daumen unterstützt und ein Abo rausknallt, falls ihr in Zukunft Bock darauf habt. Und jetzt würde ich sagen, Rock'n'Roll. Der Chat ist live mit dabei. Wir sind gerade hier im Stream. Falls ihr auch Bock auf Streams habt, Leute, gebt alles hier auf dem Kanal. Gerne kostenlos abonnieren und dann seid ihr beim nächsten Stream am Start. Rock'n'Roll. Freunde, ich habe noch nicht mal ein Intro gedreht. Ich stehe komplett im Wasser. Digga, du bist komplett im Wasser. Ich sage es dir ganz ehrlich, meine Füße bis hier, alles nass. Schuhe komplett. Das ist das kürzeste Video, was ich je gedreht habe. Wir wollten einfach hier rein. Hier war einfach irgendwie Moor oder See. Das ist hier so ein Fluss oder sowas. So, Freunde. Erstmal herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Winterbiwack. Es gab noch nicht mal ein Intro, weil wir gerade hier rein wollten. Und die Kamera lief auch nicht. Ich bin komplett bis unters Knie ins Moor rein. Hallo YouTube, ich bin der Wurstsalat, Junge. Der ist hier gleich am vollen Übertreiben. Eigentlich klingt es sofort nach Abbruch, aber ich versuche jetzt erstmal die Feuchtigkeit hier irgendwie rauszuholen. Ich habe Ersatzsocken bei. Aber natürlich ist es alles nass komplett. Hier. Die Hose komplett, Schuhe. Alter, der ist glitschnass. Da ist doch richtig kalt. Ihr könntet ihr euch das vorstellen, wie kalt das ist? Und dann noch mit nassen Schuhen, Alter. Ist der in diesen Bachlauf reingetreten? Alter, du bist ja bis zum... Ja. Bis zum... Ich war hier komplett drin. Alles. Ja, es ist komplett... Zeig mal. Ach du Scheiße. Ja, du siehst... Was machen die denn, Jungs? Sind die 24 Stunden lang draußen im Schnee unterwegs oder was machen die? Ist ja hardcore. Hier, pass auf. Das darfst du nicht mal ziehen. Digga, wir haben minus 3 Grad. Bei minus 3 solltest du echt aufpassen. Mit deinen Füßen. Also, so wie Gerrit gerade gesagt hat, jetzt mal Titten auf den Tisch, wir müssen eine Entscheidung treffen. So. Der Punkt ist der, die Kacke ist am Dampfen, der Schuh, es ist alles komplett nass. Ja. Es ist so, als wäre ich baden gegangen. Ich mache jetzt in dem Moment quasi ein reales Experiment einfach draus. Digga, weißt du, ich habe mir im November diesen Anzug bestellt. Ich habe so Bock auf Schnee seit Monaten, Junge. Ich bin völlig equippt und laufe jetzt noch 5 Meter in den Bach rein. Ich habe noch nicht mal ein Intro gedreht. Ich habe nicht mal ein... Alter, ist doch auch wirklich so, oder? Der bereitet sich komplett hardcore drauf vor seit November für dieses Video. Keine 2 Minuten am Film. kann er schon wieder abbrechen. Aber normalerweise hätte er müssen abbrechen. Überlegt euch das mal, Jungs. Der ist komplett klitsche und dann bei den Temperaturen. Da holst du dir einen Tod. Fotix, der Chat dreht durch. Wuhu. Allein das schon so weiter zu machen, ist verrückt. Auf jeden Fall, Game. Auf jeden Fall. Intro gedreht. Wir brechen nicht ab. Wir machen jetzt weiter. Scheiß drauf. Wir sind auf der Suche nach einem Plätzchen. Es gestaltet sich als schwierig, weil... Guckt euch das an. Aber guckt mal, was für eine Baba-Landschaft, oder? Ey, wann habt ihr das letzte Mal so Schnee gesehen? Ich weiß nicht. Hier bei mir in der Gegend, Alter, vielleicht wo ich Kind war oder so. Alter. Überall ungestürzte Bäume. Hier kommt man gar nicht lang. Guck mal, wie schön. Wir haben es jetzt 14.44 Uhr. Also gute 15 Minuten. Und ich merke schon, wie es langsam kühler wird. Und wie auch meine Socken wieder komplett vollgesaugt sind. Also meine Idee wäre, eventuell, dass man über die Socken die Feuchtigkeit aus dem Schuh rauskriegt und dann quasi die Socken immer wieder ausfringt. Dass man die so wie so ein Schwamm rauszieht und durch die Körperwärme es vielleicht nach und nach irgendwie trocken kriegt. Ja, dunkel wird es übrigens auch bald. Optimal. Hier geht es schon wieder tief runter. Bestes Beispiel. In sowas bin ich gerade rein. Also irgendwie so eine Art Moor oder so. Wir versuchen jetzt, eventuell einen Weg zu finden, ein bisschen bergauf zu gehen und wieder weg von dem... Jungs, Real Talk, ne? Weil die die ganze Zeit reinschreibt, Fritz Meinecke macht so welches Weifel-Sachen, aber ist halt geil, der Typ. Fritz Meinecke, Beste. Jungs, Real Talk, ne? Ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht, den Mann. Ne, ist kein Disrespect jetzt. Ich kannte den einfach nur nicht. Ich finde das voll geil, das Projekt. Ich bin auch gespannt aufs Video. Ich kannte den Mann nicht, Gigi. ... in den Wasser zu kommen. Aber wenn du da reinläufst, ist es quasi wie eine Art Falle. It's a trap. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich auf der Kamera richtig hört oder ob es stark ins Mikrofon pfeift. Alter, der Hund ist auch mit dabei. Hier ist ein Weg. Boah, der hat doch bestimmt mega kalt, oder? Oh, nee. Oh, nee, wir kommen einfach auf den normalen Wanderweg wieder raus. Ich kotze komplett ab. Scheiße, das war alles umsonst. Oh, nein. Nein. Fritz Meinecke, wenn du das siehst, hallo. Martin wird jetzt ausrasten. Es wird doch nicht besser, Fritz. Jetzt beim Realtalk. Ich bleib hier. Maja, warum musst du jetzt da in den Tief stecken? Ja, großartig. Oh, nein. Wollt ich dir weit bringen? Oh, nein. Ich muss jetzt aber... Danke, Jared. Bitte. Ganz ehrlich, ich bin kurz davor zu sagen, fickt euch, ich gehe nach Hause. Ich finde es klasse. Ich finde es auch irgendwie noch geil, aber ich hätte jetzt gerne mal einen Platz. Ey, wir kriegen hier die Riesenkloppen auf. Kurz Werbung und ich übersprich. Ey, man sieht aber auch, wie krass motiviert er ist, ne? Die anderen sind alle so, die haben alle so ihre Outdoor-Klamotten. Er ist voll in diesem Hightech-Schneetan-Musteranzug unterwegs. Er hat es gefühlt. Er hat diesen Trip gefühlt, als der Trip noch Monate entfernt war. Martin, wie ist dein aktueller Zustand? Sind wir schon bei ja, halt doch die Läden im Pisser, oder geht's noch? Wir sind kurz davor, ohne Scheiße. Es ist ein... Ohne Mist, jetzt wirklich fritzig. Ich meine es ernst. Weißt du, es hieß, komm ein bisschen, ne? Schön. Hi, hast du gesehen, was ich vorhin geschrieben habe? Ja, Sturmi, habe ich gesehen. Wir können nachher zusammen loslegen, Digi. Auf jeden Fall. Ich würde da mitlaufen, aber nackt. Okay. Schön und so. Wir peilen gerade zum Pfiff. Äh, Erregung öffentlichen Ärgernis ist uns so ein Dinger oder was, Anton? Mal an der gleichen Stelle vorbei. Das ist einfach... Nee. Weißt du, ich habe Rücken wie Sau. Der Hund darf nicht laufen, der hat auch Rücken. Ja. Ich habe übrigens noch eine Waage bei. Ich würde gerne nochmal die Rucksäcke demnächst wiegen. Ach, wie groß die Rucksäcke sind. Aber wir haben gerade andere Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, das würde ich heute nicht tun können. Das war's wieder. Das ist das, was ich immer meine. Hey, lass mal eine Tour machen. Ja, voll geil. Dann peilt man wie so ein bescheuerter Blinder durch die Gegend. Lass mal da reingehen. Das ist am Rage-Kritten. Der dreht voll ab. Ganz schlechter. Aber das ist doch der Gag. Das ist doch das Abenteuer. Nee, weißt du, ganz ehrlich. Das ist doch kein Wald. Das ist halt nicht das Drehbuch. Nee, das hat einen Trümmerhaufen hier. Verstehst du? Das ist kein Wald. Man könnte sagen, komm, hier geht's in den Wald rein. Schön, ja. Jetzt aber kein Wald. Hier sind nur ungestürzte Bäume. Das war's. Oder wie ich sagen würde, Leben in der Lage, Freunde. Jetzt geht's Abenteuers los. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt hat er mir jetzt angefangen zu schneien, zu graupeln. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist sehr, sehr windig. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt hört. Das ganze Gesicht friert ein. Alter. Hast du Bock? Boah, der Wind. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es geil. Ich finde es einfach geil. Ich merke mein Gesicht nicht mehr. Die Rotznase läuft. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Ich sehe mich gleich schon. Einfach hier. Einfach hier. Da so mit dem Sack reinlegen. Jetzt wird sich zeigen, ob man nochmal beißen kann wieder. Und mal durchziehen kann. Fritz Meinecke beim Frieren zugucken. Und erstmal heißen Tee trinken. Assi-Aktion 2021. Kann er das auch im Winter. Oder hat man wie eine kleine Mutti zum Auto läuft. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Mann oder Maus. Geht einfach. Er ist oben. Regen doch. Alter. Was zum Fertig. No joke. Die Kamera lief gerade nicht. Dieser fucking Baum. Und zwar genau der hier. Wo sieht man den? Ist gerade umgekracht. Ich würde mich freuen, wenn Georgi mal den Zuschauern seinen YouTube-Playbutton hinter sich in die Kamera zeigen würde. Das ist aber kein richtig. Das ist aber kein offizieller Playbutton, Jungs. Den hat Mandy mir gemacht, Jungs. Ganz kurz neben der Reaction. Das ist eine Glasplatte. Und da hat sie dann das eingravieren lassen, als ich die 1000 Abos geknackt habe. Das war geschenkt von Mandy. Das kann man dann hier so reinstellen. Und das ist unten drunter beleuchtet. Das war ein Geschenk, als ich 1000 Abonnenten geknackt habe. Beim nächsten Mal möchte ich gerne mitkommen. Ich kann nicht mehr. Ich habe Burger King gegessen. Zwei Burger, zwei Packen Pommes. Das kann ich nicht mehr. Echt doofi. Mit dir zock ich heute nicht. Du bist am Platzen. Der hier hoch geht und hier. Der ist vor 30... Ich habe Gänsehaut. Ohne Scheiß. Ich habe Gänsehaut. Wir laufen lang. Es scheppert komplett. Der hat es gerade komplett entschärft hier. Und deshalb geben wir da auch nicht drinnen unseren Lageraufschlag. Und die Brille von Gerrit. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Das ist dezentriert. Der hat sie einfach eingefroren vorne. Genau so wie der Bart. Der Bart auch. Fein. Und Madine ist schon wieder kompletter Marsch. Der ist kompletter Marsch. Hier haben wir eine kleine Handyaufnahme. Warte, was ist los? Nee doch, Alter. Der ist die scheiß Stalle eingefroren. Meine komplette Jacke ist zugefroren. Guck dir das an hier. Was soll denn das? Ich habe nicht mal meine scheiß Gurt abgekriegt. Ich zeig die ganze Scheiße über den scheiß Rücken. Weißt du? Alter, ist der abgefuckt, hä? Der hat gar keinen Bock mehr. Kann ich schmutzocken? Kannst du nachher machen, Madara. Ah, mannacko, joh. Guten Appetit, Gamer. Rucksack fliegt im Müll. Katze mal. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Martin ist eher so der Szenaryotyp. Mit Drehbuch. Ich liebe das echte Agenteuer, Freunde. Dokumentiert. Damit er mal wieder ein Gefühl für die Temperatur kriegt. Einfach die Brust eingefroren. Diese scheiß Schneeschuhe, das gibt es nicht, Alter. Das gibt es nicht. Nochmal, nochmal, nochmal. Die mitten drin ist alles voll mit Schnee. Wisst ihr, was das Problem ist? Du willst einen Schritt nach hinten gehen und dann machst du den. Und dann packst du dich. So will ich sie wieder raus. Alter, guckt euch mal bitte an, wie tief die da einsinken. Wie viel Schnee liegt denn da, bitte? Georgi, das machen wir nächstes Jahr mit durchgespielt. Was? Durch den Schneelatschen oder was? Äh. Wir könnten eine andere Challenge machen. Georgi läuft 24 Stunden lang am Strand in der Karibik. Das ist Hardcore, Bruder. Ich muss filmen. Kannst du bitte mir hochheffen? Ich weiß ernst. Halt mich jetzt hoch. Digger, ich hänge hier komplett. Auf, Anschlag. Alter, das klingt da super. Der arme Hund. Der arme Hund. Meint ihr, denen gefällt das? Ah, klar. Hey, geil. Freunde, das große Wiegen. Oha. Guck mal, das ist auch wieder so ein 200er IQ-Move. Ich mache die erste Reaction mit euch im Livestream. Blende den Chat ein. Und natürlich, natürlich, ganz Georgi-like mit seinem allerhöchsten IQ. Suche ich mir als erstes ein Video raus mit viel Schnee und weißer Schrift im Chat. Ich bin mir gut 20 Kilo. 19,8. Holy shit. Ich werde hier so 22. Ich sage 25 vielleicht. 24. Hm? Ja. Und der absolute Spitzenreiter. Alter. 34. 34 Kilo hat der im Rucksack. Alter, was nimmt der 34 Kilo? Was hat denn der da mit dabei? Seine Frau oder was? 34. Ich habe es dir gesagt. Ich habe einen Hobo bei. Ich habe Holz bei. Mit dem Rucksack. Ich habe ein Saracot bei. Ich habe ein Messer bei. Du hast da Holz drin? Naja, klar. Ich wollte mir eine schöne kleine Feuerschein machen an mein Ding. Der Typ ist einfach durch. Dann nimmt der Holz mit. Die gehen in den Wald. Und der nimmt Holz mit. Und sage, wir brechen die ab. Es macht keinen Sinn. Komm, Gergo. Ja. Wir machen uns jetzt ein Bun. Wir gehen jetzt schön erst mal schön ein. Nippen. Ja, mir tut der Hund leid, Jungs. Der hat es schon kalt, oder nicht? Wenn ich da an meinen denken würde, Diggi, der friert schon, wenn es abends auf 15 Grad runterkühlt. Ein Nippen. Ein Nippen. Die Jungs haben entschieden, dass das Ganze jetzt an der Stelle zu Ende ist. Maja hat Schmerzen irgendwie im Rücken. Martin ist mit 34 Kilo völlig überladen. Gerrit sieht sich da auch nicht so. Lange Rede gar keinen Sinn. Wir sehen uns. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Sag Bescheid, wenn du wieder auf der Piste bist. Ey, du. War aber ein schöner Tag. Ja, war ein schöner Tag. Ich hau mich jetzt rein in den Schnee. Schlaf schön. Tschüss. Tschüss. Ihr habt es gerade mitbekommen. Gerrit, Martin und Maja haben sich an der Stelle verabschiedet. Brechen das Ganze jetzt hier ab. Ich ziehe auf jeden Fall hier weiter mit meinen nassen Schuhen. Für mich, ich sag's euch ganz ehrlich, ist das jetzt eine Challenge. Mir geht es nicht um die Videoproduktion. Ich könnte auch ein anderes Video drehen. Sondern mir geht es um das Abenteuer. Alter, der macht jetzt alleine weiter, oder was? Das ist Hardcore, Jungs. IQ 2 Millionen im Weitholz mitnehmen. Und euch nehme ich quasi mit der Kamera mit, um das Ganze zu dokumentieren. Kommt man klar, frieren die Füße ab. Ich weiß nicht. Ich werde mir jetzt ein bisschen Gedanken machen, wo ich mich hinhaue. Und dann schauen wir einfach mal. Möge das Abenteuer beginnen. Weil jetzt, Freunde, jetzt beginnt nämlich das Abenteuer. Geil. Alter, davor habe ich Respekt. Dass er jetzt das alleine weitermacht. So, ich suche mir jetzt hier ganz langsam einen Weg. Und stapfe aber alles vor mir schön fest. Dass mir nicht das Gleiche... Ja, Alter, der muss nur mal doof stolpern. Irgendwie mit dem Kopf vielleicht aufschlagen. Ne, nur so unglücklich fallen. Gibt es ja oft genug. Ist ja schon oft genug passiert. Es sind ja schon Menschen in Regenfützen ersoffen. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist schon krass, Alter. Was war Ihnen passiert, wo ich dann plötzlich im Bach drin hocke? Das Holz im Wald ist nass. Und das kann man nicht anzünden. Und der hat Trockenes. Ja, aber er hätte ja könnten die Socken von Fritz Meinchen nehmen und die drum wickeln. Damit das Holz trocknet. Für euch wahrscheinlich noch nicht vorstellbar. Aber da möchte ich heute übernachten. Und natürlich wird hier nicht, wie sonst manch anderer im Zelt draußen übernachtet. Sondern mit dem Tarp. Wir wollen ja auch ein bisschen Natur spüren. So, dann gucken wir mal. Habt ihr gesehen, da hat dieselben Matten dabei, wie ich jetzt hier hinter mir. Ja, habt ihr das gesehen? Das ist richtig weird flex, Alter. Ich benutze das als Streamhintergrund, so auf edel angelehnt. Und der pennt da drauf. Wie das Ganze jetzt hier aussieht. Ohne Witz, baut ihr jetzt ein Icle oder was? Fühlt sich schon wieder sehr, 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 sehr matschig an. Ja, es funktioniert. Warum ist denn das Wasser so braun, was dir aus den Socken raus tritt? Jinji, hi, grüß dich, Digi. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Bruder. Kuss geht raus, dass du reinschaust, Digi. Noch habe ich keinen schwarzen Zeh, alles gut. Ich habe hier so viel geilen Scheiß noch dabei, den ich auch noch ausprobieren und testen wollte. Aber ich muss mir überlegen, ob ich das auch aufhebe für die nächste Wintertour in ein paar Wochen. Weil das ist ja alles hier ein bisschen außerplanmäßig verlaufen. Aber was ihr hier auf jeden Fall schon mal seht, ist mein Schneetarp. Ist nur ein ganz kleines, aber das bauen wir jetzt mal auf. Es ist einfach alles schon hier gefroren und man muss so krass aufpassen. Ja, es fängt wieder an zu graupeln. Wind ist da. Wow. Schön. Ist doch herrlich. Es ist doch einfach herrlich, Freunde. Holz. So, ein paar Heringe schnitzen, wa? Ja, passt schon. Es ist mittlerweile schon leicht am Dämmern, beziehungsweise, ich denke mal, so eine halbe Stunde wird es wirklich dunkel sein. Der Schnee hat natürlich den großen Vorteil, dass es immer noch recht hell ist, weil alles weiß ist. Im Hintergrund seht ihr das schon. Ich habe jetzt mein Schneetarp hier aufgebaut, hier mit den Holzheringen. Hier drunter ist dann Platz, da kommt dann Isomatte und so weiter rein. Nein. Die sind alle komplett gewandt, Bruder. Die sind alle komplett spannend am Zusehen. Und ich werde jetzt noch versuchen, mit dem Schnee das Ganze dicht zu machen. Ja, dass hier keinen Wind reinfeift, weil ihr seht selbst, wir sind ja auf einer offenen Fläche. Und ab und zu kommen hier ein paar richtig fette Böen reingeschallert. So, ich glaube, von Lichter passt das. Jetzt kriegt ihr auch mal einen Eindruck, dass es eigentlich doch schon recht dunkel ist. Boah, jetzt ist es schon richtig dunkel, Jungs. Oh, Fabian ist auch am Start. Servus, Fabio. Wie geht's dir, Digi? Moin, nice. Du guckst Fritz den Ehrenmann. Jawohl, Digi. Ich habe jetzt einmal ringsrum. Gibt es da Wölfe? Weiß nicht, Digi, man hat schon, also hier in der Gegend bei mir in den Wäldern hat man auch wieder Wölfe gefunden. Die waren eine ganze Zeit lang verschwunden. Kann gut sein, Digi. PS, du bist natürlich auch einer. Das geht raus, Digi. Das Ganze abgedichtet. Komplett mit Schnee. Auch hier hinten komplett dicht gemacht. Das Ganze ist aber nicht so ein Backschnee, sondern sehr pulverig. Also es könnte auch sein, dass das irgendwie... Das fliegt doch bestimmt weg, wenn so richtig der Wind geht. Das ist ja nur Pulver. Zusammenkracht, wenn ich Pech habe. Auch hier nochmal die rechte Seite. Sieht natürlich jetzt nicht mehr so schön aus. Ja, als wenn das Ganze hier im Tiefschnee drin ist. Aber wir haben jetzt eine Abdichtung ringsrum. Ich sage es euch immer wieder, das ist alles eine Kopfsache. Es ist einfach nur eine scheiß Kopfsache. Das mache ich jetzt alles nochmal ein bisschen schön. Und dann geht es rein in die Eishöhle. Geil. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so geil hinkriege. Sieht ja voll gemütlich aus. Diesen Tarnanzug, den ich übrigens anhabe. Der ist nicht wasserdicht oder so, ne? Der ist schon völlig vereist. Ich hätte da Platzangst. Echt? Also jetzt mit Platzangst hätte ich jetzt kein Problem, ne? Mein Problem wäre doch eher, Alter, so wegen der Kälte und so. Ich weiß nicht, aber man weiß noch nicht, wie warm sein Anzug ist. Aber guck mal, der hat es ja auch gerade gesagt. Sein Anzug ist nicht wirklich wasserdicht. So, der ist gefroren und so. Ah, Bruder, das wird bestimmt richtig kalt die Nacht, ey. Wenn da Wölfe sind, hole ich mein Blatter und... So. Ich bräuchte überhaupt keine Schaufel, um dort den Boden glatt zu machen. Ich lege mich rein und dann gebe ich ihm. Ich würde Mandy mitholen. Die macht das so alles schön glatt und so. Und dann, wenn alles fertig ist, dann lege ich mich dabei hin. Mein Poncho. Ah, jetzt kleine Unterlage. Ah, hier kommt überall schon Schnee. Ah ja, scheiß drauf, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich bin mittlerweile halt auch irgendwie schon in so einem Scheißegal-Modus. Es juckt mich einfach nicht mehr. Es interessiert mich nicht. Ja? Das ist wie beim Höllenmarsch. Da war es der Schmerz, den ich gesagt habe, ja, ich merke dich, aber es interessiert mich nicht. Und genau so ist es hier mit der Feuchtigkeit, dem Schnee und der Kälte. Ich weiß, dass er da ist. Ich weiß, dass meine Füße nass sind, dass sie überall Schnee rumliegt. Aber es interessiert mich nicht. Auf jeden Fall werde ich noch was essen. Ich baue erst noch alles auf und habe gleich noch eine sehr, sehr wichtige Frage an euch. Ich bin gespannt, wie ihr handeln würdet. Aber eins nach dem anderen. Du gehst da mit, Mandy. Du gehst da so mit, sofort mit. Das wird höchstens ein Schneeteufel. Und jetzt muss ich eine wahrscheinlich folgenschwere Entscheidung treffen. Und mich würde es mal interessieren, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr jetzt handeln würdet. Ihr habt es mitbekommen, meine Füße, Schuhe, es ist alles klitschnass. Ich werde es gleich nochmal ausfringen. Aber was mache ich? Was an Kleidung ziehe ich aus? Was lasse ich an? Und vor allem, was nehme ich mit in den Schlafsack? Und was lasse ich draußen? Am besten komplett nackt, oder? Würde ich jetzt denken. Vielleicht noch die Unterwäsche, wenn die komplett trocken ist und sowas. Die würde ich dann anlassen und dann so in den Schlafsack. Ich glaube, das ist Survival-Modus IQ 200, glaube ich. Natürlich immer vorausgesetzt, dass WLAN-Signal passt. Okay? Mach doch mal ein paar Gedanken. Und ich löse das nachher auf, wie ich mich entschieden habe. Die Frage ist halt, kann ich sie zum dritten Mal auswringen? Was eigentlich gut wäre. Also hat Vor- und Nachteile. Ja, krass. Das heißt, ich ziehe mit der Socke nach und nach immer noch weiter die Feuchtigkeit aus dem Schuh raus. Nachteil ist, das zeigt, dass ich immer noch extreme Feuchtigkeit drin habe im Schuh. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Fuß ja auch aufweicht. Das ist ja auch nicht gut für so einen Fuß, wenn der die ganze Zeit nass ist. Ziehe ich diese Socken und die Schuhe aus und lasse die außen hier stehen, ist es morgen komplett Eis. Ich kann die nicht mehr anziehen. Von daher werde ich es probieren, so wie ich bin, mit den Schuhen und der nassen Hose in den Schlafsack zu gehen. Alter. Wir probieren einfach. Wir machen quasi einen survival-Selbstversuch. Nur, das ist kein Szenario, sondern tatsächlich real diesmal. So. Ich habe meinen Winterschlafsack mit. Generell, wen das Thema Ausrüstung interessiert, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Ja, es gibt gleich frischen Spargeltee. Alter, da muss ich aber direkt los. Gucken, da habe ich meine Ausrüstungsliste verlinkt und da findet ihr den. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das, was ich jetzt mache, es fühlt sich irgendwie falsch an. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Ein Apfel gibt es jetzt, die gute alte Fischbüchse und Brot. Mein selbstgebautes E-Paar, quasi ausgelegt auf 24 Stunden mit morgens, mittags, abends Getränke und auch Snacks. Ja, habe ich hier drin. Aber wie gesagt, zeige ich dann im Detail nochmal bei der nächsten Wintertour. Oh, Herring mit Tomatensauce. Lieb ich, Junge. Da bin ich auch direkt im Survival-Modus. Also, das könnte ich schon mal. Ernährung schon mal abgehakt, kein Thema. Oh, geil. Mit dem Brot dazu. Also, das mit den Schuhen hier drin, sage ich euch, das wird nichts. Es ist eiskalt jetzt schon. Meine Überlegung, ich ziehe das Ganze jetzt komplett aus, packe das in die Regenhülle und lasse es trotzdem am Fußende drin, damit ich möglichst keine gefrorenen Schuhe habe. Dann sind die zwar kalt, aber nicht gefroren. Versuche, meine Füße ein bisschen trocken zu kriegen und ziehe mir frische Socken an. Beziehungsweise habe ich noch eine kleine Geheimwaffe mit, die ich eigentlich ausprobieren wollte. Und zwar habe ich mir so Bootys geholt. Wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht mehr, dass hier irgendwie was trocken wird, sondern ich will nur, dass sie nicht einfrieren. Die packe ich jetzt hier ins Fußende rein. Wie aufgeweicht die sind. Es sieht einfach aus wie bei einer Leiche, no joke. Und dann... Sag mal, der hat alles mögliche Zeug dabei, ne? Der weiß, der ist 24 Stunden unterwegs. Jetzt mal kurz Real Talk, Jungs, ne? Warum hat der kein zweites Paar Socken dabei? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, die Gegend. Der Booty drüber. Das funktioniert niemals. Ich würde sagen, lauscht einfach mal. Schau, bei Leichtenfüßen bin ich kaul. Ein Problem jagt das nächste. Seht ihr diesen ganzen Schnee an der Seite? Der ist quasi oben rauf gerieselt. Und dann, hier unten kommt der raus. Seht ihr das? Ich habe gerade mal durchgerechnet. In 13 Stunden wird es wieder hell. Subi. Der Schlafsack sieht hier unten auf jeden Fall auch schon richtig optimal aus. Damit ihr mal ein Gefühl kriegt, was hier draußen los ist. Es schneit und schneit und schneit. Alter, das ist Hardcore, oder? Sag mal ehrlich, Jungs. Das ist doch richtig krass. Also da habe ich wirklich Respekt vor. Alter. Wahnsinn. Aber es sieht echt episch aus, oder? So dunkel. Wenn er da mit der Kamera so in den Schnee leuchtet. Das sind echt King-Aufnahmen. Alter. Es ist komplett gefroren. Scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt pinkel. Nee, oder? Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Na, Leben in der Lage. Was willst du denn machen? Nee, das fass ich nicht. Ich glaube, wenn das so weitergeht, es schneit in einer Tour, dann bin ich morgen früh komplett. Ja, hab ich gespielt, die heißt Mia. Eingeschneit. Man sieht es übrigens auch hier schon ganz gut. Das ist jetzt alles neuer Schnee. So, wir haben es jetzt 21.55 Uhr mittlerweile. Durch die Luftfeuchtigkeit, die hier drin ist, weil ich ja atme, haben wir hier an der Innenseite vom Tarp so leichte Kristalle. Und dann kommt der Wind, der rüttelt das hier einmal komplett durch, das ganze Tarp, und dann schneit es einfach hier drin. No joke. Quasi die Flucht ergriffen. Oh, hier rieselt es gerade ordentlich runter. Es schneit. We're already being shot up by someone who's in the Artillery. Let's get our longboat fire and try to die. Na, komm. Wir haben es. Boah, drei Uhr nachts. Drei Uhr eins. Meine Hose ist einfach trocken. Ich stand bis hier, vielleicht erinnert ihr euch dran, im Wasser. Alles nass. Es ist trocken. Damit habe ich drei sehr spannende Sachen gelernt bei diesem unfreiwilligen Survival-Experiment, nennen wir es mal. Erstens, wenn der Schlafsack oder eure Kleidung, was auch immer, von außen gefriert, ist das nicht unbedingt ein negativer Punkt, beziehungsweise wenn der Schnee drauf liegen bleibt. Das zeigt ja, dass eine extreme Isolationswirkung da ist. Zweitens, ein leicht feuchter Kunstfaser-Schlafsack, isoliert, auf jeden Fall immer noch, top. Und drittens, Kleidung im Schlafsack. Leute, ich habe komplett alles an, bis auf meine Schuhe. Und das führt nicht dazu, dass ich friere. Ganz im Gegenteil. Schreibt gerne mal eure Meinung und Erfahrung in die Kommentare. Denn der Klassiker ist, ich war bei der Bundeswehr und mein Ausbilder hat gesagt, du musst so wenig wie möglich anziehen im Schlafsack. Das hilft am besten. Das hätte ich aber auch gedacht, Jungs. Das hätte ich aber auch gedacht. Dass man sich am besten dann auszieht und dann so in den Schlafsack geht. Natürlich sind dann die Klamotten komplett eingefroren. Weil die sind dann wahrscheinlich noch klamm von den Ausdunstungen. Man schwitzt ja auch und sowas, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und so. Das nimmt das ja auf und dann friert das dann. Aber so kenne ich es eigentlich auch. Dass man sagt, wenn du dann in den Schlafsack gehst und es ist eiskalt, am besten ohne Kleider. Leute, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe hunderte, wirklich hunderte Nächte draußen verbracht und eigene Erfahrungen gesammelt. Und meine Erfahrung ist, sowas wie eine Regenjacke und so weiter bringt euch nichts. Aber wenn ihr eine Art Vliesjacke habt, eine Kunstfaserjacke, dicke Socken, das hilft. Das bringt euch zusätzliche Wärmeisolation, ganz klar. Wir haben minus vier. Ah, doch ein bisschen. Ja, jetzt wird es direkt wärmer. Aber vorne hatten wir gerade minus vier. Ich merke einfach hier schon wieder, bei diesem Projekt, wo die Sachen komplett schief gegangen sind, lernt man einfach am meisten. Wir haben schon mittlerweile 7.39. Boah, der hat ja kaum geschlafen, Alter. 14 Stunden hier im Schlafsack, Alter. Sturmi, er macht das ja für die Challenge, weißt du, er wollte ja nicht abbrechen, weil du schreibst, ich würde einfach nach Hause gehen, warum bleiben? Er will das durchziehen, Diggi, damit ist halt ein extrem geiles Video, ne? Und es ist halt für ihn so seine eigene Challenge, Diggi. Immer noch recht dunkel draußen. So, mittlerweile ist es hell. Es hat übrigens die ganze Nacht weitergeschneidt. Ihr seht's, da bin ich reingelaufen, da ist nichts mehr von zu sehen. Ich hab nicht wirklich gefroren, die Nacht gut überstanden, aber jetzt ziehen wir die Schuhe an und gehen raus. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht wirklich hell wird. Guckt euch das an, hier hängt komplett die Suppe drin. Ah, das wird gleich schön ungemütlich. Hier hab ich übernachtet. Ist es geil, Alter. Ich wünschte, bei uns wird's mal wieder so schneien. Ich wünsche, hier gäbe's mal wieder so viel Schnee wie hier in dem Video, Alter. Zieht euch das rein. Es hat hier drauf geschneidt, dann ist alles reingesackt. Ja, das ist alles neuer Schnee, der komplett hier reindrückt. Man sieht's richtig schön. Generell ist das Tarp einfach viel, viel zu klein für so eine Aktion. Also es geht, man kommt klar, aber ja, es drückt hier hinten einfach alles weg. Ohne Scheiß, ich bin gerade so froh, dass ich es einfach durchgezogen habe und diesen Moment mit euch erlebe. So, alles wieder abgebaut. Puh, Freunde, ich fühle mich ohne Scheiß wie neu geboren. Kein Witz. Es war schon wieder ein... Es waren Höhen und Tiefen, es war kalt, es war nass. Jetzt ist mir wieder warm durch den Abbau. Meine Füße spüre ich immer noch, alles gut, obwohl alles klitschnass ist. Geil. Geil, 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 geil. Bisschen Happy Banana, Leute. Happy Banana. Wenn das nicht besser passt als alles andere gerade. Er macht noch Werbung mittendrin, Junge. Ist er geil. Hier ein bisschen lustiges Südsee-Feeling. Wer auch mal Bock hat, Wildfood auszuprobieren, einfach unten den Link in der Videobeschreibung abzuschicken. Und natürlich den Rabattcode 10Fritz nutzen, damit spart er was. Cremig, sämig. Guck mal, die GoPro tut auf Ehrenbruder Barz, ist verpixelt. Es hat mittlerweile so geschneit, dass der Weg von gestern nicht mehr zu erkennen ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gestapft bin. Ich werde es sicherlich grob finden. Ohne Witz, Stubi, stimmt. Sieht wie das Kind aus. Ohne Witz. Also Freunde, ehe mein Handy jetzt auch gleich noch ausgeht, würde ich sagen, wenn euch das Abenteuer gefallen hat, dann Daumen nach oben. Kanal abonnieren nicht vergessen. Sehr geil. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Abenteuer. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.